Hallo, Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blatt Grün. Ich war noch einmal Pokémon Center, deswegen ist hier auch alles resettet, von den Personen halt, so. Und wir müssen noch gegen die anderen beiden Trainer hier kämpfen, die nach links schauen. Ich mag alle Nidoran sehr gerne, deshalb sammle ich sie. Oh nee, oh nee. Okay, sie hat nur zwei, alles klar. Ich dachte gerade, sie hat so eine Armee aus Nidoran oder so. Aber okay, wenn sie nur zwei hat, akzeptiere ich das. Und das dürfte definitiv ein Level-Up für Toboga sein. Schön. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir doch. Doppelkick war okay, weil sie hat sich so viel Damage gemacht. Und das erste Nidoran besiegt. Toboga Level 29, oh yeah. Schön. Nidor-au, sie hat, ah, Nidorina. Okay. Ich habe jetzt irgendwie noch so einen Nidoran männlich erwartet, aber alles klar. Ha, das war. Hm, netter Damage. Aber okay. Das war, doch, doch. Ist nett. Äh, ja. Ist nett. Hoffentlich nicht vergiftet. Nein, okay, gut. Puh. Warum, warum nur? Ja, das, äh, ja. Weiß ich nicht. Weil du bist nicht krass. Mauzi ist so süß im Jaum, Jaum. Alles klar. Hast du nur ein? Drei Pokémon, okay. Wenn du jetzt drei Mauzi hast, ne? Dann müssen wir nochmal überlegen, ob du das, den Sinn irgendwie hier von dem Spiel verstanden hast. Weil nur das gleiche Pokémon zu besitzen, macht keinen Sinn. Nein. Das, nein, ergibt keinen Sinn. Es ist, äh, nein. Ha, ha. Alles klar. Schon mal zwei von drei Mauzis. Und das letzte ist so, weiß ich nicht, so komplett das Gegenteil. So ein Habitaku oder so. Ah, das ist ein krasses Gegenteil, ich weiß. Ha, ha. Alles klar. Komm, komm. Noch ein drittes Mauzi, dein Ernst? Wir, wir reden nochmal darüber. Frieda. Wir reden nochmal darüber, ob das so Sinn ergibt, nur Mauzis zu besitzen im Team. Das, äh, ich glaube, du hast da echt irgendwas falsch verstanden. In diesem Spiel. So. Oder in der Welt der Pokémon. Zumindest, wenn du ein Trainer sein willst. Okay. Oh, ein Biker. Hallo. Mach die Wegfahrt, ich überfahre dich. Alles klar. Mit dem Fahrrad. Oh, nee, das ist kein Fahrrad. Das ist ein Bike. Damit, könntest du mich schon überfahren. Ja, doch. Das brettert mich um. Lass mal lieber. Haha. Wenn ich dich besiege, überfährst du mich nicht, okay? Ist das eine Abmachung? Es ist eine Abmachung. Ich weiß gar nicht, ob ich euch übrigens erzählt habe, welches, äh, dass ich mich jetzt endlich, alter, dass ich mich jetzt endlich dazu entschieden habe, was unser sechstes Teammitglied sein wird. Ich glaube, das hatte ich noch nicht erwähnt, weil das, ja stimmt, das hatte ich erst nach dem letzten Part entschieden. Habe ich nochmal die ganze Pokémon-Liste und so durchgeguckt, welches Pokémon man fangen kann, wo man es fangen kann, oder wo man es bekommen kann. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, aber ich habe mich für eine bestimmte entschieden. Und, ja, welches Pokémon es ist, werdet ihr dann noch sehen. Auf jeden Fall werden wir in Prismania City erstmal viel Zeit verbringen, dadurch, dass es da... Du hast es drauf, Kini. Ich weiß. Dadurch, dass es da viel zu tun gibt, was für ein Themenumschwung, ne? Nein, 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 ich wollte gerade... Mein Motorrad spielt verreckt. Ich wollte gerade Tauboga switchen. Aha. Hier müssen wir es jetzt switchen, auf jeden Fall. Sonst ist Tauboga ein wenig am Arsch. Bitte kriegt auch keinen Giftschaden, nein, okay. Ähm, komm, Smetbo. In Prismania City gibt es viel zu erledigen. Erstmal können wir da sehr viele Häuser betreten. Dann können wir dort auf jeden Fall den Kaffee bekommen. Ähm, den die Wächter brauchen, oder die Wärter brauchen, um halt nach Saffronia City zurückkommen. Dann gibt es dort die Spielhalle, wo ich mir Eisstrahl holen kann. Das werdet ihr aber nicht mitbekommen, wie ich da mir die Punkte erspiele. Das werde ich alles, ähm, auf Screen machen, weil das ist für euch dann einfach ein todes langweilig. Ich werde da vielleicht einmal kurz reingehen und euch zeigen, okay, das, das, so wird es gemacht und so weiter. Aber mehr auch nicht. Und dann gibt es dort die Arena oder eine Arena und ein Team Rocket Versteck, in dem wir auch noch Silph Scope bekommen. Silph Scope. Um dann nochmal nach Lavandia zu gehen und uns dort ein Nebulak zu fangen. Also, das ist ein, ja, sehr viel, was wir da zu tun haben. Ich werde auch das Erste, was ich machen werde, ist, glaube ich, ähm, die Team Rocket Basis da, damit ich Silph Scope bekomme und dann instant Nebulak holen kann. Das ist mir wichtig. Damit wir Nebulak nicht zu unterlevelt haben. Ja, das kann nicht einfach sein, äh, es kann, so, was, das geht so einfach nicht. Oder so. Ähm, ja, damit wir Nebulak nicht so unterlevelt haben. Und, ja, das ist eigentlich der einzige Grund. So, wir heilen mal kurz Toboga vom Gift. Wenn ich denn noch ein Gegengift habe. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass ich keins mehr habe. Nein, habe ich nicht. Okay. Wir haben ja genug Supertränke. Das heißt, Toboga wird jetzt mit Supertränken so hoch geboostet, dass es erstmal nicht stirbt. So. Hallo. Oh, das bist du, du bist ein Trainer. Okay, die Spiele mögen beginnen. Okay. Außerdem, Leute, will ich Nebulak im Team. Ich will es einfach. So schnell wie es mir geht. Der Nebulak ist toll. Okay, ein Quapsel. Ich würde sagen, einfach Konfusion reinbödern. Okay. Das ist schöner Damage, doch. Doch, doch, ich habe weniger Damage erwartet von Smetbo. Aber Quapsel fast One-Hitten. Finde ich gut. So, noch ein Quapsel. Jetzt wechseln wir aber, glaube ich. Eigentlich bringt es nichts zu wechseln. Nein, dann bleibe ich lieber bei Smetbo. Und noch mal Konfusion. Ja, komm. Einfach Konfusion reinbödern. Wahrscheinlich hat er noch ein drittes Quapsel. Oh, nee. Okay. Wir haben hier einen Aufwecker gefunden, ne? Wir haben sogar zwei Aufwecker. Lol. Geil. Schön. Quapsel, du machst erstaunlich wenig Schaden. Muss ich ja sagen. Aber gut. Akzeptiere ich. Ich muss unbedingt echt mal mein Inventar sortieren. Fällt mir gerade ein. Also mein Beutel sortieren. Smetbo Level 31. Somit ist Smetbo unser momentan stärkstes Pokémon. Vom Level her zumindest. Ist Quapuzzi schon... Kampf? Äh, Kampf? Nein, schade. Aber das ist auch an Quapuzzi echt schöner Damage, Smetbo. Smetbo ist ein schönes Pokémon. Es macht echt guten Damage. Es ist ein guten Spezialwert, glaube ich. Also overall ist es halt nicht so übertrieben krass. OP, sag ich mal. Aber ich mag's. Es ist ein schönes Pokémon. Äh, knapp vorbei ist auch daneben. Äh, ja. Moment. Ähm, t-t-t-t-t. Pokémon, Smetbo, Bericht. Spezialangriff 49. Ja, ist recht hoch. Dann überlegen. Äh, 59. Oh, hier. Nidoking ist halt auch einfach... Nidoking böllert halt auch so hart, ne? Dann überlegen. Torboga hat halt einfach nur eine krasse Initiative. Der Rest ist halt so Mittelmaß. Chillock hat eine ganz schön hohe Verteidigung, merke ich gerade. So, Borenta wollen wir gar nicht erst angucken. So, da kommen wir leider noch nicht durch. Aber war hier schon was? Ne, okay. Manchmal ist in solchen Häusern auch irgendwie so ein Assistent oder so. Weißt viel über Pokémon. Doch wie sieht es mit Chemie aus? Nee, da kenne ich mich nicht so aus. Aber jetzt schätze ich irgendwie mal, dass du Magnetilo hast. Und dann Voltoball. Okay. Hätte auch ein Smogon sein können. Aber leider nicht. Dann wechseln wir zu Nidoking. Der Nidoking mit seinem Schaufler böllert halt hart. Aber Nidoking ist halt allgemein einfach strong, ey. Nidoking ist halt so strong. Nidoking hat einfach krasse Werte. Ich will mal wissen, also wir können ja später nochmal gucken, wie das so aussieht mit unserem Pokémon. Wenn die alle so, ich weiß nicht, Level 50 erreicht haben oder so. Oder Level 60. Wenn wir überhaupt so weit kommen mit dem Level. Und alle die gleichen Werte, äh, die alle, alle komplett entwickelt sind oder so. Smogon, gang. Smogon setze ich wieder Smogon ein. Ich meine, Smogon kriegt eh bald Training in der sechsten Arena. Ups. In der sechsten Arena. Aber die restliche Zeit halt gar nicht. Ups. Das war, ich dachte, es ist noch Konfusion ausgewählt. Aber ich hatte ja gar nicht gekämpft mit Smogon. Ups. Ja, und wir haben kein Gegengift. Geil. Was ist der letzte Kampf vor der nächsten Stadt? Das heißt, Smogon, ja, mit noch einem Supertrank oder so vielleicht später. Magnetilo, alles klar. Ähm, kommt Smogon und Zauburger auf jeden Fall durch und dann, ja, einfach gleich ins Pokémon Center sprinten. Ist ja auch, glaube ich, am Anfang recht, ne? Bin mir da gar nicht so sicher. Alter. Ein Doppelkick legt fast das Magnetilo instant. Das ist schön. Doch, doch. So, noch ein Voltoball, alles klar. Das Voltoball wird auch einfach zerstört. Dario, du Streber, es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber du hast keine Chance. Und schau, Fla. Schön. Schön, schön. Das könnte ein Level-Up sein. Ja, Nido King Level 31. Sehr geil. Oh, äh, eine Kernschmilze. Ja gut, so krass ist Nido King da doch nicht. Aber gut, ich meine, wenn du das so siehst. Das große Einkaufszentrum in Prismal in der City hat eine riesige Auswahl. Wäre auch komisch, wenn ein Einkaufszentrum das nicht hätte. Muss ich ja sagen. Wie lang ist der Gang? Oh, hallo. Ein verschlafenes Pokémon ist in Prismal hier aufgetaucht. Oh. Gibt es hier eigentlich noch Träne? Ne, ne? Ne, scheint nicht so. Okay, gut. Pokémon Center. Oh, wir sind da. Zum Glück. Oh, nice. Smetbo und... Äh, Toboga leben noch. Das ist gut. Die Pokéflöte weckt Pokémon mit einem Ton, den nur Pokémon hören können. Ah. Ich bin von Voxania aus den Radweg hinaufgefahren. Okay. Wenn ich ein Fahrrad hätte, würde ich den Radweg benutzen. Ja, wir gehen, glaube ich, einen anderen Weg später. Oh, ich weiß es noch nicht. Laut Team Rocket-Rüppel. Alter, dich aus Team Rocket-Angelegenheit heraus. Okay. Musst du nicht gleich so ausrasten. Oh, oh. Was soll ich tun? Niemand hat unser... Äh, unser Safe-Scope... Jemand hat unser Safe-Scope-Gestet holen. Der Dieb kommt aus dieser Richtung. Da bin ich mir sicher. Aber ich hab ihn verloren. Wo ist er denn hin? Ja, das ist eine gute Frage. Tipps für Trainer... Tipps für Trainer. Mega-Block schützt deine Pokémon vor Statusverschlechterungen im Kampf. Dieses Item kannst du im Einkaufszentrum von Prismania City erstehen. Okay. Gehen wir erstmal hier lang. Ich glaube, da finden wir... Also, es ist einfach nur ein Weg zu einem Item, oder? Oder ist das der Weg zu der... Oh, das war ja unnötig. Das war ja... Das war jetzt echt unnötig, da lang gehen zu müssen. Okay. Da lang zu gehen. Hallo. Ja, Urlaub war eine Idee mit meiner Schwester. Oh. Ich mache hier mit meinem Bruder Urlaub. Äh, und meinem Freund Urlaub. Prismania City ist so wunderschön. Oh. Dieses Motel... Ah, nee. Dieses Motel sind keine Pokémon erlaubt. Tut mir leid. Ich weiß gar nicht, wie man hier in dem Hotel überhaupt schlafen kann. Weil wir können ja gar keine Pokémon ablegen. Es sind nicht alle. Warum musst du... Äh, warum... Nur musste sie ihren Bruder mitnehmen? Ja, das ist unlucky, ne? Ja, das ist unlucky. Der hat sich viel erhofft, der Boy. Hallo? Boss, wir haben gerade 200 Pokémon als Preise versandt. Okay. Hahaha. Mit den Spielautomaten verdienen wir uns eine... ...goldene Nase. Na ja, schenke dem Poster in der Spielhalle keine Beachtung. Dahinter ist kein versteckter Schalter. Okay, dann werden wir uns ignorieren. Würde ich sagen. Was starrst du mich da an? Tu ich nicht. Was? Ich? Nein. Wie mal's? Pist. An deiner Spielhalle befindet sich ein Keller. Oh. Okay. Ja, lach mich nur aus. Ich bin pleite. Jetzt ist Schluss damit. Moment, ich werde niemals wieder zocken. Hier, das kann ich ab jetzt nicht mehr gebrauchen. Uh. Wir haben einen Münzkörper erhalten, Leute. Hallo? Oh, ich habe da drüben am Blödsallhaus schon hochverzockt. Oh. Das ist nicht gut. Meine Pokémon sind ziemlich schwach. Deshalb gehe ich oft zur Drogerie. Alter. Hallo, wir machen gerade eine Pause. Mann, ich will essen. Hahaha. Alles klar, Leute. Wir können uns. Ist nichts. Was? Okay. So. Wir können uns jetzt auf in die Spielhalle machen. Und wir brauchen... Wie viele Punkte brauchen wir? Ich glaube, 2800 oder so. Moment. Ich kann mal kurz nachgucken. Hallo. Wir tauschen Münzen gegen Preise. Welcher Preis soll es sein? Rauchball, Wundersage... Nein. Äh, Abra, Pinsie... Äh, Abra, Pipi, Pinsie, Dratini, Porygon. Nein? Danke. Äh? T... Ähm... 13. Okay. Ist Eisstrahl. Alles klar. Das heißt, 4000 Münzen. 500 wäre Eisenschweif. Okay, das kriegen wir aber auch so. Donnerblitz? Ne, brauchen wir auch nicht. Gucken wir das mal an. Spruchball? Wäre auch noch eine Idee. Aber brauchen wir auch nicht. Kriegen wir, glaube ich, auch? Ich weiß es nicht genau. Blammwurf. Kriegen wir auch. Ich hätte gerne einen Morigon. Aber ich habe kein Glück an den Einnahmen an den Banditen. Ich hatte heute eine Glücksträhne. Cool. So, warte mal. Wie viel war Eisstrahl jetzt nochmal? 4000. Okay. Wir brauchen 4000 Münzen. Alles klar. Wir haben null. Hier ist die Spielhalle. Hallo. Hey. Ja, ist wichtiger als die Toon-Championin-Spiel. Die Arena-Leiterin von Prismania City heißt Erika. Sie trainiert Pflanzen-Pokémon. Sie wirkt sanft. Auch man sollte sie nicht unterschätzen. Ach, bist du der Typ, der immer an Eingang steht? Lol. Glück spielen ist unheimlich. Man wird schnell davon abhängig. Ja. Herrlich. Das macht Spaß. Alles klar. Möchtest du ausspielen? Oh. Danke. Danke. Hör mir zu. Man sagt, diese Spielhalle gehöre dem Team Rocket. Oh. Das. Ey. Ich glaube, jeder Spielautomat hat eine andere Gewinnchance. Was könntest du haben? Ja. Nebenan kannst du deine Münzen gegen Preise tauschen. Ja. Willkommen in der Rocket-Spielhalle. Benötigst du Spielmünzen? Ja. Tue ich. Allerdings ist mir das hier zu teuer. Ah ne. Dich hatten wir schon. So. Dann hi. Wie geht es dir? Brauchst du ein paar Münzen? Ah. Danke. Ey. Willst du mich ablenken? Hier. Nimm mal ein paar Münzen. Was? Alles klar. Einfach Münzen. Ja. Ich möchte spielen. Okay. Leute. Und hier. Äh. War das mit. Nein. Ach so. Setzen. Und so werde ich jetzt unsere Münzen fahren, Leute. Das wird dauern. Deswegen will ich euch das halt nicht antun. Und werde also jetzt den Part hier beenden. Und wir sehen uns wieder, wenn ich 4000 Münzen habe. Es wird lange dauern. Glaube ich. Aber es ist egal. Ich hab Zeit. Also von daher. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Ich bin Athletiker. Tschüss.